Hallo, ich begrüße euch, euer Coach Olaf und die Antonia zu einem weiteren Video der Versorgung der Hand- und Fingergelenke. Das heißt, wir starten mal mit dem kleinsten Gelenk am Finger, das ist das DIP, das heißt das distale Interphalangeal-Gelenk, das heißt es ist das kleine letzte Gelenk hier am Finger und das kann man sich sehr schnell verletzen bei so manchen Sportunfällen, aber auch im Alltag. Das heißt zum Beispiel der Basketball, der von vorne auf den Finger prallt, die Fingerspitze umknickt, dann kann man sich sehr schnell die Strecksehne abreißen oder überdehnen. Das kann einmal in die eine als auch in die andere Richtung funktionieren. Als Alternative zu einer Kunststoffschiene kannst du dir sehr schnell und einfach hier selbst am Finger eine Versorgung vornehmen oder aber du lässt es dir tapen, wenn du weder Tape noch die Ahnung davon hast. Das heißt also, es geht sehr, sehr easy. Du brauchst also nur ein Stückchen Tape, die Länge vom Grundgelenk zum Grundgelenk. Einmal so um den Finger legen, dieses Stück. Schneide das Tape ab. Schneide es in der Mitte durch. Runde es hinten ab. Und jetzt wollen wir mal, was häufiger passiert, die Beugung einschränken, weil das Trauma genau so entstanden ist. Das heißt also, ich nehme jetzt das Endglied vom Finger mit nach oben und fixiere es. Und das passiert jetzt so. Papier öffnen. Papier ist weg. Und jetzt klebst du das Tape unten am Finger auf, am Grundgelenk. So. Lässt das Tape um den Finger oder über den Finger laufen. So. Gibst jetzt Zug auf das Tape. Legst es über den Finger an. Moment, wir müssen schauen, ob der Finger in der Mitte liegt. Jawohl. So. Dann drehst du einmal die Hand. Und hier hinten am Endglied des Fingers gibst du, Moment, ich lasse mal ein bisschen Papier drauf, dann könnt ihr das besser sehen. Jetzt gibst du etwas Zug auf das Tape. Du kannst auch das Endglied etwas mit extendieren, also strecken. Gibst etwas Zug auf das Tape. So. Und klebst nun das Tape auf. Das Ende wieder ohne Zug. Dann werden die Enden aufgeklebt. Und hier kann man kleine Hohlräume rausnehmen. Drück es zusammen. Kleine Enden, die oben überstehen, einfach wegschneiden. Nicht in den Finger schneiden. Und fertig. Damit das Tape etwas besser hält, nimmst du wiederum ein kleines Reststück. Das eine oder andere, was du vielleicht noch hast. Schneide es rund. Versorge den Finger jetzt einmal hier vorne. Zirkulär. Nicht ziehen. Einfach nur herumkleben, damit das Tape hält, sich nicht wieder löst. Und auch hier hinten mit einem Stückchen Tape wieder ankleben, drum kleben. Und damit ist der Finger wunderbar versorgt. Eine Bewegung in die Beugung, in die Flexion ist vom Endgelenk, vom Dip nicht mehr möglich. Und damit ist das eine sichere, wasserfeste, sehr dünne, sehr angenehme Versorgung zur Versorgung der Beugung, der Flexionseinschränkung für dein Dip. Und nun nimmst du den Finger einmal hoch. Ich mache das einmal ab. Wir gucken uns das Ganze mal an. Das Ganze geht natürlich auch in die andere Richtung. Das heißt also, ich habe jetzt von unten nach oben getapet. Also so in diese Richtung. Und nun tape ich genau in die andere Richtung. Das heißt also, wenn ich möchte, dass das Endgelenk nicht mehr gestreckt werden darf, sondern nur in einer leichten Beugung bleibt, dann nehmt ihr euch wieder ein Stückchen Tape. Das ist übrigens die andere Hälfte von dem Zügel, den ich eben geschnitten habe. Legst den Zügel auf dem Finger oben auf. So. Nimmst das Tape. Und startest von der anderen Seite. Den Finger etwas beugen und entlasten. So. Jetzt gibst du Zug auf den Zügel. Legst den über das Endglied vom Finger. Nimm das Endglied ruhig ein bisschen mehr beugen. Jawohl. Dann drehst du mal die Hand. Bitte. Jawohl. Bisschen beugen. Und mit Zug klebe ich den jetzt den Zügel nach innen an. So. Und das Ende lasse ich laufen. Und nun wird das Tape wiederum fixiert am Finger. Und das ist eine ganz tolle Einschränkung. Auch wieder fixieren mit zirkulären Zügeln. Das lassen wir jetzt mal. Aber das ist jetzt eine tolle Fixierung. Den Finger. Versucht den Finger mal zu strecken. Jawohl. Das geht nur noch mit Kraft. Und das Tape möchte den Finger immer wieder in die Beugung, in die Flexion ziehen. Und damit habt ihr eine tolle Versorgung vorgenommen. Es muss gar nicht immer starr und fest und Kunststoff sein. Es kann durchaus auch mal ein Tape sein. So. Und das geht mit diesem elastischen Tape wunderbar. Das war es erstmal zur Fingerversorgung für das Dip. Wir sehen uns bestimmt wieder in einem der nächsten Videos. Dort zeige ich euch Versorgung für das Pip und für das Grundgelenk. Bis dahin erstmal viel Erfolg bei euren Patienten. Tschüss. Euer Coach Olaf und die Antonia. Wir sehen uns beim nächsten Mal.